Welche von euch Schlamm-Tranzen hat mein Parfum benutzt? Warum? Damit wir auch so unterbezahnte Riechen wie du. Wer möchte das nicht? Hallo? Wir? Maul halten uns knallt! Weinhaus! Watne! Bitte trink endlich was! Warum? Immer wenn du nüchtern bist, bist du wahnsinnig anstrengend und zündet! Zündet! spielt. Sharing is caring!